eine ahnung da kann es eventuell am server legen ich hoffe dass du jetzt irgendwie in die das attacke kriegt weil das das ist ja nicht meinen das ist ja nicht mehr reichert dass er noch direkt ein server ja ich weiß was du meinst aber jetzt schön sie wieder um sich zu funktionieren wo du möchtest mal nur baut alles ordentlich jetzt wieder auf naja wo ab dort ein bisschen ja auch mal gucken na wir warten es ab was willst du mit haben nichts das ist verraten gammelfleisch aus stunde meikau steht auch hier unten du wirst du wirst hier ich merks ein pferd ist abgesoffen ja sich auch gerade kann man irgendwann erwartet manche ja wie ist das string gekriegt wie viel habe ich da gekriegt zwei städte verbrauchen drei hier im übrigen hast du mal irgendwie string oder kommen kisten ob ich irgendwo noch string hat bringen hier die strecke meinst du noch weil man kann es sich direkt ein seil bei uns also einen direkten robb bauen da wird schon wieder alles einwandfrei zu funktionieren look auf acht stück cool acht fäden cool da ist der präne ort aus der hirn dort ding selber richtig ich muss an die crafting station das habe ich auch mit nee wie schon gesagt so wie wegen der etwas längeren pause ich bin überlegen ob ich das mal zusammenschneide wird wieder eine kack arbeit ich hoffe diesmal dass es klappt mit youtube ohne witz achte aber aber ich lecke nie oder vor uns hast du gelockt ja wo ich gesagt habe dass du es auch leckst jetzt müssen jetzt muss ich erst mal schnell gucken wie eben hat das ding ging ach ja ich weiß dass du angerufen hast ich weiß dass du angerufen hast ich bin eigentlich sehr sehr ungern so unvorbereitet wie heute aber es muss auch mal ausnahmen geben das problem ist eben halt erstens darf mich das immer noch mit youtube dass das letzte video hochgeladen wurden ist und daneben halt jetzt schon mit 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 dem kumpel dass auf einmal mit der aufnahme klingelt ich drei minuten sind es da stehe das nervt schon aber dort den wolfs würde ich auch zu können wir spielen ohne witz ich will es nicht durchsuchen man crafting ich weiß dass man solche seile bauen kann das handy das hat mich gerade ich muss mal kurz über den browser dieser zum klick im hintergrund irgendwo offen hier wir können bei haja machen ja ich weiß sei minecraft gut so ging es nie versuchen muss man so ja ich schläge immer noch ein bisserl ich habe es gesehen ich lebe schon ja ich ist es ist doch wieder tag slimeball mal gucken ob das jetzt so geht hat das gerade gemerkt dass du geleckt hast ja ja durch hinlegen beziehungsweise hier im übrigen du hast doch gefragt ob ich mir wo ich eventuell häusel haben sollte nein verdammt ja jedenfalls nicht da unten nein obwohl du hat liegst meinst du nein da die hier so parallel darüber wo darüber du siehst mich da gerade rüber auf dem berg nur auf dem plateau da drüben auf dem plateau hast du plateaus schon ein bisschen groß muss ja auch irgendwann mal sein läuft nicht jetzt werden wir erst noch die zwei seile die ich gerade gebaut habe das mist unter wasser siehst du so gut wie gar nichts sorry wenn es ein bisschen dunkler ist jetzt aber ich kann da auch nichts gerade machen da liegt noch was und er sucht hat seine einzelteile zu sagen meine meine seile die zwei die ich gerade gebaut habe da stimmt noch was ja ich habe so fast alles hoffe ich zumindest dass ich alles habe ja ist in ordnung geschwister schaffte so gucken wir mit den kisten absteigen ob da irgendwo meine spitzacke drin liegt ach nee ich habe sie im elementar also brauche ich doch nie wieder zurück so müsste jetzt eigentlich alles sein was ich da habe wasser liegt jetzt erstmal nix zumindest nicht so dass es was sehe gar nicht gewusst dass die jetzt so eine so eine so eine anzeige unten haben wie wie viel energie die beim spring verbrauchen hey naja fährt jetzt zum beispiel müssen wir uns haben wo ist das schaf wo ist das schaf ne ich rede vom pferd da kommt man schneller voran ja das blöde 7 mal da brauchst du einen sattel wieso immer noch rumschwurft ja ich weiß nicht ob einer kiste von mir tausend und der hallo was war los mein fährt hat gerade das seil verloren ich weiß nicht wo das seil jetzt hin ist hey mysteriös hier liegt eins aber wo ist das später hin sehr mysteriös egal ist mir jetzt egal irgendwo finde ich noch ein slime ball ja du brauchst für du brauchst neuerdings für die seile brauchst du slime balls hey wo schwörst du schon wieder rum ich versuche mein pferd wieder in der nähe vom haus hin zu kriegen was auch so ein pfeil für sich ja ja das ist maximal kompliziert weil ich jetzt mal wieder runterhübe hier ja komm premium ich hab's hoch geschafft ja da müssen wir demnächst auch noch machen wieder ab hinten da verklust und sammeln ja weil ich das gerade mal sehen wollte was das ist hier das mit den waben das ist kloster ja das hab ich gesehen oh jetzt hab ich mein pferd gefüttert nein klater her wo bleiben wir denn das waaaaat alter das war jetzt knapp ach er ist auf einmal so hebs hebs und hebs ne geht nicht schade dann machen wir das hier so pferd ist da es steht angebunden da ich flirte jetzt nicht mit dir du pferd also das ist peinlich dass das ein Kumpel gerade geklingelt hat ah na gut er wusste nicht dass ich eben halt einen Klinikkanal habe und bei mir sind wir so sporadisch nimmst heute auf wir nimmst heute nicht aufnimmst heute kommst morgen oder in der Richtung richtig mir schon gesagt ich hoffe echt dass die Videos hochgeladen werden beziehungsweise bearbeitet werden es nervt so hast du jetzt da rein klar klar da kann man dann zeigen wir den den die position wo du bauen wirst und ich da drüben aber ich weiß nicht wie man hinkommen außer wenn man mit der Kurschumsdorf laufen ja da laufen wir mal mit der Kurschumsdorf was noch ein Problem ne jetzt leck ich nicht mehr das ist gut läuft alles ein mann frei er geht erst mal unter der Garten muss auch gemacht auch das plateau das da drüben da müssen wir einfach jetzt hier runter ok was war so da wollen wir alle größte kompliziert oh gott das kann man sich das ne ne das nein 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 sei gut da ja hey 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 ich bin wo gemerkt immer noch älter als du ne also halt mal die Backen und größer und bla und bla ja größer ist ja kein problem selbst sammy ist größer als du selbst angel ist größer als du und das ist immer sie essen aber nur wenn sie steht und ähnlichen hund das sehr freundlich frisst du das aus guck wie das mich anguckt dass das platte hier oben sagte dass wenn ich bei oben angekommen bin was ich bin schon oben ohne solche dinge zu machen da 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 so bin da daher das ja ja da ist einfach weiter weg ja nee weil ich sie erhebelt um ach so aber da habe ich einen anhaltspunkt wenigstens die bude da oben ja ich bin was mir könnte noch so machen dass man eine kleine schiene eine kleine überlegen das bett oder ich warte mal da können wir noch mal was gucken was sagt die politische sachlage da drüben weil die 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 das neue haus war schon war das wird dann auch mit der gleis anlage verlegt und beziehungsweise verbunden das problem ist eben halt ich habe noch kein wirklich ordentlichen schild alter wow wow ich habe gerade eine dings gefunden eine was die schlucht die schlucht ja da unten ausleckt wirklich wieder negros neugierig negro geht gucken der kleine mann neugierig ich bin immer noch größer hast du wenn du damit anfangs anfängst tut mir leid anfang aber solche es sollte auswärts noch mal gewesen was praktische fließt wasser hoch betriebenes eisen hast es überlebt naja ich habe nichts gesagt oder was war jetzt die räder ja ich wollte eigentlich sagen die rund oben sondern wir bringen mal fackeln mit aber das hat sich ja gerade erledigt weil ich gerade kohle gefunden habe und ich habe noch stärker einstecken beziehungsweise aus den stecken machen kann aus und das überlebt man das wasser fällt du musst natürlich auch das wasser treffen habe ich doch da oben ist kohle ja alles mitnehmen hat was gefunden und hier ist noch mehr laber und hier sind ja war schon jemand warum weil ich gerade fackeln gefunden habe boden hier unten dort hinten krass egal ob ich aber noch keiner bei hinten ist nämlich keine fackeln alles ist dunkel und ich habe eisen dass er gesagt alles mitnehmen weil hier liegt nämlich schon noch eisen in der erd da liegt ihm schon noch eisen in der erde und wenn jemand gewesen wäre da hätte das eisen mitgenommen richtig oder am ende war ich schon ich hab's bis verpeilt also wenn ich jetzt was vergelt nie mitgenommen habe wie eisen gold diamanten sapphire nämlich mit die leute können so in die kommentaren schreibt mich zu fliehen warst du blind und heißt dass sie gesehen weißt du das so für die